Das Daytrading ist einer der bekanntesten Handelsstrategien, bei der Anleger Aktien, Währungen oder andere Finanzinstrumente innerhalb eines Tages kaufen und wieder verkaufen. Das Ziel ist es, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. In diesem Video sehen wir uns an, warum du mit Daytrading immer und immer wieder verlieren wirst. Ich hoffe, ich kann dir damit die Augen öffnen und dadurch schmerzhafte Verluste vermeiden. Den Beweis werde ich dir in Microsoft Excel durch eine sehr einfache Analyse liefern. Dazu beginnen wir mit der Annahme, dass du als Daytrader den bekanntesten Index der Welt handelst und zwar den S&P 500. Wir werden uns den ETF dazu ansehen und zwar den SPY und wir sehen uns als Beweisführung den Zeitraum von Jahr 2000 bis in das aktuelle Jahr an und zwar auf Tagesbasis. Dazu fülle ich nun in diesem Bereich diese Annahmen ein und zwar den Datumsbeginn ist der 1.1.2000, Datumsender ist das heutige Datum und der Ticker ist der SPY. Als nächstes werde ich nun diese historischen Kurse in Excel ausgeben lassen und zwar mit der Funktion Börsenhistorie. Ich parametrisiere diese und zwar als erstes mit der Aktie, in unserem Fall dem SPY, im Anschluss Datumsbeginn, das Datumsender und wie erwähnt sehen wir uns die täglichen Kurse an. Wir lassen uns auch die Überschriften mit ausgeben und nun treffe ich eine zweite Annahme und zwar wenn du als Daytrader den größten Index handelst. Und zwar die zweite Annahme ist, dass du als Daytrader immer den perfekten Einstieg und Ausstieg erwischt. Das bedeutet du kaufst zum Tagestief und verkaufst immer wieder zum Tageshoch. Aus diesem Grund verwenden wir nun als nächstes den Tiefkurs oder zunächst das Datum und dann den Tiefkurs und den Höchstkurs. Das lassen wir uns nun ausgeben und sehen, dass wir nun beginnend mit dem Jahr 2000 immer den Tief- und den Höchstkurs erhalten bis in das aktuelle Jahr. Das bedeutet wir als Daytrader können uns nun unsere Rendite für einen Handelstag ausrechnen. Das würde folgendes Ergebnis liefern und zwar dividieren wir den Höchstkurs durch den Tiefkurs weniger 1 und stellen es als Prozent dar. In diesem Fall am 03.01.2000 hätten wir eine Rendite von 3% erwirtschaftet, da wir zum Tiefkurs gekauft hätten und zum Höchstkurs bei 148,25 Dollar verkauft hätten. Diese Berechnung führen wir nun für alle Jahre durch bis in das heutige Jahr und werden nun mit einem einfachen Histogramm verdeutlichen, warum diese Renditen so gut wie unmöglich sind zu erwirtschaften. Dazu müssen wir uns noch zunächst im Histogramm überlegen, welche Bereiche wir uns ansehen möchten. Meine Annahme liegt, dass wir uns die Bereiche von 0 bis 10% Rendite uns ansehen und die Häufigkeit dazu. Das bedeutet, wir sehen uns hier die Renditeverteilung an. Das wäre zunächst 1%, 2% bis zu 10%. Das ist unsere sogenannte Klassenbreite und können nun entsprechend unser Histogramm darstellen. Ich selektiere die Daten nochmals bzw. nur die Rendite. Führe hier die Analysefunktion Histogramm durch und selektiere den Eingabebereich. Und zwar sollte hier ausgewählt werden. Und als nächstes die Renditeverteilung, unsere Klassenbreite. Beide Bereiche besitzen Beschriftungen und der Ausgabebereich soll unmittelbar in der Nähe erfolgen und wir möchten eine Diagrammdarstellung. Ich führte das aus und erhalte nun ein Diagramm und eine Tabelle. Diese sehen wir uns nun sehr genau an. Bei der Renditeverteilung möchte ich hier noch die Darstellung im Prozent. Und wir erkennen nun auf den ersten Blick, dass die Renditeverteilung von 0 bis 1% roundabout 2700 mal vorkommt. Eine Rendite zwischen 1 und 2% kommt ca. 2257 mal vor in diesem Zeitraum. Und wir erkennen anhand vom Histogramm, welches auf der vertikalen Achse die Häufigkeit darstellt, wie oft dieser Fall vorkommt. Und im unteren Bereich sehen wir die Renditeverteilung zwischen 1 und 10%, dass eben wie gesagt eine Rendite von 0 bis 1% am häufigsten vorkommt. Der zweithäufigste Wert sind 2%, sozusagen zwischen 1 und 2%. Und nimmt sozusagen die Rendite nimmt mit der Häufigkeit ab. Das bedeutet, in anderen Zahlen ausgedrückt. Wir summieren uns mal alle Datenpunkte, das bedeuten ca. 6000 Handelstage und berechnen uns, wie viele Prozent sozusagen zwischen 0 und 1% vorkommen. Und wir erkennen auf einen Blick, dass 83% der Fälle zwischen 0 und 2% Rendite möglich sind. Und wenn du als perfekter Daytrader immer den Tiefstkurs kaufst und zum Höchstkurs verkaufst. Und das führt mich zu dem Beweis, dass es nahezu unmöglich ist, dass du sozusagen 90% der Fälle so erwirtschaftest. Und zwar erkennen wir das auch noch, wenn wir die Rendite in einem Zeitdiagramm darstellen. Das sieht wie folgt aus. Ich führte hier noch ein einfaches Liniendiagramm ein. Gebe die Höchst- und Tiefstkurse heraus. Mache das Diagramm größer. Und wir erkennen anhand vom zeitlichen Verlauf und der Höhe der Renditen an einem Tag, dass beispielsweise rund um die Finanzkrise 2008, 2009 die höchsten Ausschläge sind oder auch im Corona-Jahr auch sehr hohe Renditeausschläge vorkommen. Und können folgendes ableiten, dass zum Beispiel hier im Jahr 2004 bis 2007 nur maximal 2% im besten Fall möglich waren zu erwirtschaften als Daytrader. Und wissen nun aus dieser Grafik alleine, dass Daytrading, wenn es profitabel sein soll, am ehesten in Krisensituationen wie hier die Finanzkrise oder die Corona-Krise profitabel sein kann. Aber zu 90% es nicht der Fall ist. Und ich hoffe dir, damit die Augen geöffnet zu haben und dir schmerzhafte Verluste in Zukunft zu verhindern. Und falls du Fragen hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich würde mich auch sehr interessieren, was deine Meinung dazu ist und hoffe, du bist auch im nächsten Video mit dabei. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!